Keiner will zurückziehen, keiner will zocken, jeder will ja zeigen, ich kann es, ich kann fliegen. Juri Teppesch liegt gut auf dem Ski und wieder so hoch wie gestern. Gigantische Höhe, es ist gut gegangen, Juri Teppesch in Dänemark. Unfassbarer Flug, 235,5 Meter. Wo ist die Grenze? Was ist hier noch möglich, was ist hier machbar? Aber wo stand der bitte schön in der Luft? Fast noch höher als gestern. Da sehen wir diese untersichtige Perspektive und schauen Sie mal, von wo der da runtergesiegelt kommt. Ganz anders als Evensson bei seinem Weltrekord. Die Flugkurve sollte doch flacher sein. Irre. Und dann setzt er den Dänemark und kriegt völlig zurecht 19,19,5. Goran Janusz in Ekstase, Juri Teppesch in Führung.